Falls dir meine Videos daung und du sicherstöhn wüsst, dass ich mehr davon moch, bestät die Möglichkeit, mi auf patreon.com slash tapakappa monetär zu unterstützen. Dankschö! Die UN-Flagge is a ziemlicher Schmoren, und des is a bissl a Problem, weil die Organisation des repräsentiert gar net so unwichtig is. Und ja, is a goen, die Vereinten Nationen san ka Kortenspiel. Bevor ma jetzt aber dazu kummen, warum die Flagge ka gute Flagge is, schaum uns als erst einmal an, wo's gut drau is, nämlich, ihre Form. Weis, auf an höheblauen Grund, Pantone 2925 um genau zum sei, streut a gewisse Ruhe aus. Wir wulken in an blauen, nicht-radioaktiven Himme. Sie ham an schenen Kontrast, wo's hilft des Emblem zum erkenna, theoretisch, und lassen die UN-Flagge auszustechen unter normalerweise net höheblauen Landesflaggen. Wichtige Ausnahme, die Flagge von Somalia, die als Erinnerung an die Funktion der UN in seinem Iwa-Gang von Kolonie zu unabhängigen Stadt exakt des selbe Fahrpaletten hat. Noa UN-Flaggen Spezialeigenschaft, sie hat ka einzelnes korrektes Seitenverhötnis. Des is entweder 2 zu 3, es beliebteste Seitenverhötnis von Landesflaggen, oder 3 zu 5. Und zwar soidn reichen, oder? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Schreit a Land, des is net aushalt, dass die UN-Flagge aufgrund anderer Seitenverhötnisse a bisel größer ist als die eigene, ganz offensichtlich viel bessere Landesflagge. Also verändert die ON, Kompromisskönig, einfach die eigene Flagge, damit sie selbe Seitenverhältnis hat, wie jede mögliche Landesflagge, die daneben gehisst wird. Einzige Regel ist, dass das Emblem genau die Hälften vom League, das ist die Seiten, die am Mostau liegt, ausmacht. Also, wenn in der Schweiz, ON-Flagge so und in Katar so. Das heißt, Nepal, das ist dei große Chance. Ok, des wars mit gutem Zeug, jetzt zum Schlechten. Fangen wir damit an, wo es auf der Flagge zum sehen ist. Auf der Flagge der ON is es Emblem der ON. A Weltkarten auf zwei Olivenzweigling, Bedeitung, Weltfrieden. Die Symbolik is schwach. Und so ging ich ganz werk. Die Gestaltung dieses Designs war die größte Aufgabe von mein Leben. Ich rang und kämpfte doch endlich, hotlich Inspiration. Dies war der immerwärende Symbol von der Vereinten Nation. Ich wusste das. Das is, ja. Schaut a bissl fad aus. Ich hab mein Herz und Sailor... Iiiiis scho gut. Komma eh scho spät zum Essen. Wir nehm ans. Die Weltkarten auf dem Emblem auf der Flagge benutzt a mitabstandstreue ACMUTAL-Projektion. A Begriff, der da so gut wie nix bedeuten wird, aber sehr lustig zum Song is. Iiii taid jo lewa ACMUTAL-Song, aber ans, ma kriegt ned immer, und zwar, was ma wüü. Also weiter geht's. Mitabstandstreue ACMUTAL-Projektion is wissenschaftlerisch für Korten, der vorn spezifischen Punkt zentriert is, da Nordpo in unserm Fall, von dem alle andern Punkte an korrekt skalierten Obstand haum. Es zu was, a unvoreingenommene Perspektiven auf die Erden zu haum. Im Gegensatz zu oft benutzten, Grönland-Vergressanden, Afrika-Schrumpfenden, Eurozentrischen, Mercator-Projektion. Funktioniert heut ned wirklich. Nur die Länder, die recht knapp an der Mitten, also am Nordpoi san, san halbwegs erkennbar. Der Weg nach Süden führt tiefer und tiefer ins Spiegelkabinet, wo Australien ausschaut wie die Türkei. Und dann is da no de Frag, wo oben is. Esa originale, inoffizielle 1945-Design vom UN-Emblem hat a Vertikal-Achsen gehabt, die genau durch Nordamerika gongen is, womits da einzige Kontinent war, der richtig herum und leicht erkennbar war. Des is bis zur Offiziellikeit vom Emblem a Jahr später korrigiert war'n. Jetzt is es ned Nordamerika des aufrechtstellt, weil der Null-Meridian durch Greenwich gitt, is es Europa. Und des is besser, Fragezeichen? Und a sach na, wen fallet was auf? Mir, mir. Bitte? Da fahr a ganzer Kontinent. Und was fahrna war des? Der an da, an ka, des, mit de Pinguine. Des is ned des erste Mal, dass auf der Antarktis vergesen wird. Macht's aber ned einfacher. Moral der Gschicht, a Korten auf idealerweise unparteiische Embleme an Flaggen zum Boschen, macht nur Probleme. Du kannst es so für rotieren wie's du willst, du wirst nie a Orientierung finden, die ned den Fokus auf an Punkt der Erden legt, zum Nachteil volle Andern. Die einzige unvoreingenommene Darstellung der Erden is a Globus. Und bis ned an Weg finden, wie ma a dreidimensionales Objekt mit einer zweidimensionalen Flächen kombinieren kau, is besser, mir losen Korten Korten sei und Flaggen Flaggen. Zusetzlich zur Kortenproblematik gibts aber auch Ärger mit dem Design. Die UN-Flagge is foi mit Glumpad. Mir haum zwar sowieso recht detaillierte Olivenzweigln plus alle möglichen winzigen geografischen Formen der Wöld. Des is zu fuh Zeig. Des sichst, wans des alles vom Weiden ausschaust. A höllblaue Flagge mit irgendwas weißem in der Mitten. Kea Chance, dass du genau erkennst, was des is. De Hauptfunktion vo Flaggen is Kommunikation. Was? Umso wichtiger fiad UN, deren Personal oft besser gschützt is durch Symbole der internationalen Gemeinschaft, als durch jede Waffen. Wans des aber de Flagge vom Weiden ned erkennakannst, wird genau de Kommunikation gstert. Oida, wenn mi vo so male au griffen. A guad Flagge is, soll is wirklich san, wie a Emoji. Simplig nur, dass du es leicht erkennst, a wans super klar is. Wans ewig dauert a Flaggen zum Zeichna, is des ka guad Flagge. Habera, hast mi schon verstaunnen. Wun du wie i jetzt denkst, dass de Flagge ka guad Flagge is, is der logische nächste Schritt zum Fong, wie kämm ma in unserer grenzenlosen, durch Internetanbieter legitimierten Weisheit, die schlechte Flagge zu einer guad Flagge machen. Naja, als erst entfern ma mal de Korten und de Olivenzweigln. Viel besser. Und wos tamma jetzt drauf? Mi könnten natürlich einfach irgendwas erfinden, aber i douds sagen, brauch ma gar nit, weis scho a großartige, historische Flagge gibt, von der ma stönen können. The United Nations Honor Flag, mit oder ohne U, je nachdem, ob's gern unnötige Vokale in deine Wörter hast. Soudaranten doidns vielleicht KFC-Flagge nennna, wei... weis de... Awa la la la, zöd ned, wei di Flagge sogoa boa ja üte is, ois di Fast-Food-Ketten. Nimm dis, Händlmau. Die Honor Flag is inoffiziell benutzt waan, ois di einflussreichste vunzöelige Amateur-UN-Flaggen, in anna Zeit, wo di Vereinten Nationen no goa ka Organisation waan, sondern a locker zahmgewieferde Gruppen, vereint in der Abneigung, ging dis, was zahmbirsten Bartmau und Freienzug gemacht ham. Sie bestehd aus an weißen Grund mit 1, 2, 3, 4 Roden sein, die in Anlehnung an die Roosevelt-Rede von 1941 vier Grundfreiheiten darstölt. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, a Existenz frei vor Not und frei vor Angst. Die Honor Flag is simpel, eipregsam und städt für mehr als nur, krieg schlecht. Als Enthusiastendesign hat's aber einfach ka Chance gehabt, gen a Professionelles direkt aus die Reihen der UN-Bürokratie. Also mei Vorschlag, mein ehmenes Grunddesign von der Honor Flag passens a bis lauer, dass desäun in gleichem Abstand zu alle Ränder haut, aber ändern die Vorpaletten zum anzigartigen Blau und Weiß von der jetzigen Flagge. Und fertig, danke, Mahlzeit. Die derzeitige UN-Flagge ist da glanzte gemeinsame Nenner. A offensichtliches und fades Design mitm Zü nur kann auf die Füße zum stein, symbolisch für die Unzulänglichkeiten der UN. Trotzdem ist es a Organisation mit lobenswerten Züen, die viel Gutes tut. Sie verdient der Flagge, die dem gerecht wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020